Echt? Aber wenn ich mir die kaufe, dann habe ich nicht... Dann stellen wir ihn für den Season Pass. Wann kommt der jetzt in den Season Pass? Dienstag. Naja, das schaffst du ja. Dann müsste ich die ganze Zeit Level 1 crime. Nein, ich bräuchte noch 300 Credits. Nee, nee, nee. Kommt ja immer wieder in den Sales. Ganz ehrlich zu sich, da haben wir irgendwie easy benutzt und wir müssen es nicht vermitteln. Okay. So, last Destruction. Ah, das Ding hat etwas gegen den Air. Perfect. Okay. Ja, das ist die Knur, Air. Nein, das kann ganz viel tun. Das hatten wir ein einziges Mal. Da haben wir uns die Schiffe richtig ärger gemacht. Das Ding hat eine Railgun, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Ja. 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 Haha. Oh, wolf. Ja. Ja. Aber wie viele von diesen Tüchern sind denn hier gerade auf dem Landbrotadier? Link sind noch zwei, rechts auf dem Landbrotadier. Okay, let's the game beginn. Killed. Okay, guten Nachrichten, ich habe keinen R gesehen. Ich bin der Inventor. Ich habe den Inventor gehört. Ich habe den Inventor gehört. Haben Sie nie gehört von der Strategie von Machaels? Ich habe den Inventor gehört. Ich habe den Inventor gehört. Ich habe den Inventor gehört. Was mega-survives the guy from Harry Potter? These are all mountain nerds. No, I mean, all his pubculture is essentially dead at 20-24. A pubculture? Star Wars is pubculture. Star Wars is dead. It's not yet dead. It's just that we did not get some new stuff because of Disney. But the old stuff is still available on the internet. We tried the internet before? I mean F3, not before. Oh, there is a reactive power. Let's go back to the city. I mean F3, I don't know. Auch bei Zahnarmen. Der Heimlinger war die an der Tür. Der Heimlinger war auf Kulturerregen. Ja, das kann man auch aus linken. Ich habe einen Extended R-Warrantier. Ich bin bereit. Okay, ich bin bereit. Ich bin auf dem blauen Stich gelandet, aber das fremd alle. Jo, wir werden ein bisschen in den Wucht Flammenmäher wiederbelebt. Ich bin wieder mal froh. Gut, dass da extra Leben ist. Ah, ich hab Schatten gesehen. Ja, das ist der und der Wucht. Oh, da ist einer im Shuttle gesprungen. Oh, fuck. Ah, ich hab gerade alles was cool daran, weil wir so ausgestorben sind im Feuer. Das ist mit meinem Klarnab. Das kann aber auch sein, dass du mehr siehst, weil du in meiner Friendlist bist. Das könnte sein. Vielleicht ist da immerhin noch eine Abgrenzung. Hoffen wir, dass wir sie. Können der Roger die singende Ziele fragen, wenn es so weit ist? Du kannst ja mal irgendeinen Randy fragen. Das meine ich ja, aber im Moment ist dein Name aber Klarname. Äh, 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 Codename. Ja, wenn du ihn das nächste Mal nicht so siehst, kannst du ja mal irgendeinen von den Randys fragt, was sie dann lesen. Ja. Würde mich mal interessieren. Nicht, dass du dann auch anwesend wärst, um das zu fragen. Aber ja, mache ich. Ja, ich weiß ja nicht. Du bist ja derjenige, der das weiß. Ich bin der Einzige, der das weiß. echtAR asleep. Eaa, äh, äh.